Es ist wieder soweit die Top 100 Selektion aus über 16.000 Artikeln, was Pörl.de hat, haben wir jetzt die 100 abwechslungsreichten und Top-Produkte gehabt. Und davon nochmal schön sortiert 25 Stück, die sich alle unterscheiden. Und davon haben wir jetzt den ersten Teil, den wir hier zusammen präsentieren. Der Ralf und ich natürlich. Und wir beginnen tun wir auch gleich hier mit einem ganz, ganz abwechslungsreichen und vor allem praktischen Artikel. Sie sehen schon, ich habe ihn hier an der Hand. Und wir sprechen diesmal nicht von einem Tablet, nein, sondern von dem, was auf der anderen Seite ist. Eine Halterung fürs Tablet. Zwei in eins. Also erstens mal sehen Sie hier, mit diesem Gummizug kann ich hier Tablet-PCs befestigen. Und das von 7 bis zu 10 Zoll Geräten. Und jetzt habe ich hier eine einfache Schlaufe, die ich übrigens auch hier jederzeit an meine Hand. Handgröße anpassen kann. Und jetzt habe ich das Tablet, egal ob 7 Zoll oder 10 Zoll groß, ganz locker an meiner Hand. Und kann jetzt wunderbar damit arbeiten. Also das ist sowas von praktisch, Patricia. Das ist so praktisch. Das liegt so in der Hand, dass ich knapp sagen wollte, das ist wie so, kennst du diese Softball-Spiele, wo man das auch so schön an der Hand hat? So fühlt sich das an, so richtig spaßig, wollte ich schon sagen, als wenn man gleich losschlagen möchte. Aber um Gottes Willen nicht mit Ihrem Tablet hier rumspielen. Aber es fühlt sich wirklich toll in der Hand an. Also 1A. Ja, man kann toll arbeiten. Vor allem, ich kann es auch um 180 Grad drehen, jederzeit, wie so ein kleiner Wirbelwind. Das schauen wir uns auch gleich an. Oder Sie können es auch hinstellen. Auch das zeige ich Ihnen gleich noch, weil diese Funktion ist hier auch noch mit drin. Also erstens mal wunderbar in der Hand liegend. Jetzt sehen wir es hier mit der Schlaufe rein. Und ja, einfacher geht es nicht, ein Tablet zu bedienen. Und wir sehen auch gerade eine schwangere junge Dame, die natürlich da ganz bequem mit rumlaufen kann, dann auch die eine Hand am Bauch haben kann und hier ganz bequem hier wirklich die Babynahrung aussuchen kann, ohne sich irgendwie Sorgen machen zu müssen, dass ihr der Bauch wehtun muss, weil sie sich so viel bewegt. Ja, und ich finde es eben wunderschön, egal wie Sie arbeiten. Gucken Sie mal, hochkant, hier schauen Sie, quer, hochkant. Ich kann das wie ein Propeller drehen, jederzeit. Und jetzt kommen wir zum Geheimnis der Rückseite. Schauen Sie mal, jetzt gehe ich aus der Schlaufe raus und löse hier die Arretierung. Und jetzt habe ich eine Ständerfunktion. Jetzt zeige ich Ihnen ausnahmsweise mal ein Tablet-PC von hinten. Und jetzt können Sie vorne arbeiten. Entweder hochkant, wie ich es jetzt gemacht habe, oder natürlich auch wieder drehen. Dann kann ich auch quer arbeiten. Also einfacher und praktischer geht es nicht als diese Vorrichtung. Und dann einfach wieder zusammenklappen, so, einrasten lassen und dann wieder in die Hand nehmen. Dabei ist es total egal, ob Sie Links- oder Rechtshänder sind, weil es geht absolut für beide Hände. Und das ist eine praktische Empfindung, dass es nicht nur für Rechtshändler ist, sondern auch für Linkshändler. Und dass Sie sich aussuchen können, in welcher Hand Sie das tun. Oder ob Sie Ihr Tablet so haben wollen oder ob Sie es hochkant gestellt haben wollen. Wie Sie es möchten, so können Sie es sich aussuchen und hierhin stellen. Ich habe mir das immer so ausgesucht, ich würde gerne es hochkant haben. Der Ralf mag es lieber quer, also hat jeder das, was er beliebt. Ja, kommt immer darauf an, ob du mal ein Spielchen spielst, das ist ja wunderschön. Und manche gehen hochkant besser, manche quer oder ein Filmchen angucken oder einfach mal was schreiben möchte. Also all das ist hier perfekt möglich. Und wie gesagt, von 7 bis zu 11 Zoll Geräten. Und da haben wir auch noch Wechselgummis, die lege ich einfach hier rein. Und dann kann ich auch die größeren Tablets hier einspannen. Und das ist denkbar einfach mit diesen Gummizügen. Also einfach, praktisch und genial. Eine gute Erfindung wieder unter der Bestellnummer HZ2556569. Für nur 12,26 Euro hier haben Sie hier unser Allrounder, würde ich sagen. Sie können es hinstellen, Sie können es in die Hand nehmen. Und Sie haben vor allen Dingen auch einen Punkt Sicherheit. Sie müssen keine Angst mehr haben, dass es Ihnen aus der Hand rutscht. Denn für 12,26 Euro haben Sie ein sicheres System. Ja, absolut sicher. Es ist eine Hand frei, immer damit arbeiten. Und ich muss nicht immer aufpassen und beide Hände dran halten und Angst haben, dass es runterfällt. Wenn ich in dieser Schlaufe bin, habe ich es ganz, ganz sicher. HZ255656 und die 569. Nein, wie gesagt, die Bestellnummer und der Preis lächerliche 12,26 Euro. Und da muss man einfach zuschlagen. So, bei unserem nächsten Produkt, das sehen Sie schon, weil ich habe es mir schon mal aufgesetzt. Wir sprechen hier von einem Kopfhörer. Und wer kennt das nicht? Ich hoffe, du hörst mich. Ja, du hörst mich. Ja, ich höre dich. Also, wer kennt das nicht? Ja, das sieht so aus, als wenn du schon Musik hörst. Aber natürlich nicht. Wer kennt das nicht? Man hört mit dem Kopfhörer Musik, ja. Und man hört aber auch jedes Außengeräusch, jedes Husten, jedes Niesen, jedes Reden. Wenn Sie zum Beispiel im Zug sitzen, das nervt schon unheimlich. Sie würden am liebsten auch Ihr Hörbuch ganz entspannt hören wollen und keine Außengeräusche mitkriegen. Sondern Sie wollen zum Beispiel meditativer Musik ausspannen, entspannen. Und das, das geht jetzt mit den coolen Hörern, die der Ralf aufhat. Ja, und da spielen natürlich zwei Dinge eine große Rolle. Erstens mal haben wir natürlich On-Ear-Kopfhörer. Sie sehen, die werden ums Ohr rum gemacht. Dadurch habe ich schon mal eine Schallisolierung, um von außen nicht so viel zu bekommen. Aber jetzt kommen wir zu einer technischen Besonderheit. Denn hier ist ein Mikro jeweils eingebaut. Und das nimmt die Außengeräusche auf. Und jetzt hört es sich ein bisschen futuristisch an, erzeugt hier drin einen Gegenschall gegen diese Außengeräusche. Und das bis 20 Dezibel und neutralisiert diese Geräusche. Schall gegen Schall neutralisiert. Und so haben Sie das perfekte Hörerlebnis. Und zwar in einem Spektrum von 20 bis 20.000 Hertz. Also die volle Bandbreite, die man sich wünschen kann. Und das ist einfach dann Hörgenuss pur. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das wirklich kompensiert wird und blendet die Umgebungsgeräusche in dem Punkt aus. Genau. Also jetzt angenommen, Kindergeschrei. Dann wird hier der Gegenschall erzeugt und neutralisiert damit dieses Kindergeschrei. Oder andere Musik, die jemand anders hört. Oder sonst was. Ganz egal. Wird neutralisiert und ich kann mich genau auf das konzentrieren, was ich auch hören will. Und einfach einstecken, loshören. MP3-Player, Tablet, Smartphone. Egal. Überall, wo wir so einen Klinkenstecker anschließen können, kann ich den Kopfhörer anschließen. Und dann perfekt störungsfrei hören. Ja, und was mache ich jetzt? Ich sehe gerade, du hast was in der anderen Hand, was du die ganze Zeit vor mir versteckst. Das hat doch einen ganz besonderen Sinn. Versteck es nicht vor mir. Sag uns, was das ist. Ja, ganz, ganz wichtig. Unsere Urlauber und Vielflieger werden das wissen. Das ist ein sogenannter Flugzeugadapter für Kopfhörer. Und so kann ich auch im Flugzeug hier ohne Probleme, schau mal, da stecken wir einfach hier drauf. Und dann haben wir den Adapter fürs Flugzeug einfach eindocken. Und während dem Flug störungsfrei Musik hören oder auch den Film anschauen. Wenn ich dann den Ton über Kopfhörer höre, auch das ist natürlich möglich. Und der Adapter eben ist gleich mit dabei. Das ist ja eine tolle Sache. Das heißt, wir müssen uns noch nicht mal extra den Adapter zuhören. Wir haben qualitative Kopfhörer und dazu noch mitgeliefert den richtigen Stecker für das Flugzeug. Also das heißt, Hörgenuss pur abschalten. Und können Sie sich vorstellen, wenn Sie in den Urlaub fliegen. Ich liebe Kinder und ich liebe auch alle meine Cousins und Cousinen. Aber wenn die nur schreien im Flieger, da haben sie keine Möglichkeit, mal fünf Minuten ein bisschen durchzuatmen und sich auf ihre Musik zu konzentrieren. Und hiermit können Sie ein bisschen abschalten und das Außengeräusch abschalten. Wirklich so ausblenden und sich nur auf Ihr Hörbuch oder den Film konzentrieren. Das ist eine ganz tolle Sache, Ralf. Das ist absolut perfekt. Und dann ist er auch noch wirklich leicht. Er wiegt gerade mal 250 Gramm, also kaum zu spüren. Und damit gibt es dann ungestörten Musik oder auch, wie Patricia gerade gesagt hat, Hörbuchgenuss. Und genau so, wie Sie es möchten. Dann können Sie sich nur noch zurücklehnen und die Welt wirklich mal komplett abschalten. Und wenn Sie abgeschaltet haben, dann merken Sie auch, warum das so gut geht. Sie sehen hier ganz tolle Polsterungen hier oben. Das fühlt sich ganz toll an. Das wollen Sie in der Hand haben. Das wollen Sie in der Hand haben und auf dem Kopf haben, glauben Sie mir. Das fühlt sich so toll an und das ist so toll verarbeitet, auch für die Ohren. Das ist so schön gepolstert. Das ist wie Watte ums Ohr. Ich sage Ihnen das. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Und das ist nochmal Wellness für den Kopf. Und dieses Design ist absolut modern. Das sieht richtig cool aus. Ja, und modern, sogar mehr als modern zukunftsweisend ist die Technik. Ich erkläre es Ihnen nochmal kurz. Hier wird über Mikrofone gemessen, wie die Außengeräusche sind. Und dann wird Gegengeräusche erzeugt. Das hören Sie nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern mit diesen Gegenschallwellen wird der Außenschalldruck neutralisiert. Und das ist für mich der perfekte Kopfhörer. Und da brauchen Sie natürlich die Bestellnummer. Das ist die PX1489569 für 47,41 Euro. Ein super Kopfhörer. Toll verarbeitet, fühlt sich toll an. Blendet die Außengeräusche aus. Und dazu noch den richtigen Abdatter. Dazu fürs Flugzeug. Das heißt, Fluggenuss pur, Urlaub pur, Musik pur, Filme pur. Also ganz schnell bestellen unter der eingeblendeten Telefonnummer. So. So, jetzt gehen wir vom Kopfhörer mal ein bisschen ins Auto. Und da kommen wir zu einem der erfolgreichsten Artikel aller Zeiten hier bei Pearl. Die haben wir schon jahrelang im Programm. Und schön, dass ich es heute mal wieder in der Sendung habe. Das ist nämlich unser Windschutzscheibenwunder. Und du hast ja, Patricia, du hast sicher schon des Öfteren mal innen deine Windschutzscheibe geputzt. Ja, und das ist völlig lästig. Ich komme nicht in alle Ecken und dann verrenke ich mich und dann habe ich wieder Nackenschmerzen. Und am anderen Tag muss ich wieder eingerenkt werden. Und dann gleich danach zum Physiotherapeuten wieder alles einrenken lassen. Jetzt kannst du das aber ganz bequem machen, eben mit unserem Windschutzscheibenwunder. Und hier sehen wir schon, du sitzt auf dem Fahrersitz und dank dieses verlängerten Arms mit dem Mikrofasertuch kommst du in alle Ecken, wo immer du auch putzen willst. Und dann ist es ganz egal, ob du außen oder innen putzt, vorne oder hinten, links oder rechts, ganz egal. Und das fühlt sich toll an. Das ist natürlich Mikrofaser, wie eigentlich Bettwäsche gemacht. Es haben wir hier höchste Qualität zum Autofenster, Windschutzscheibenputzer hier, ganz toll. Also ich spiele hier gerade an mir rum, das wollen Sie gar nicht sehen, aber das fühlt sich so toll an. Mit diesem schwenkbaren Kopf können Sie sich ganz, ganz einfach Ihr Auto sauber machen. Aber das ist so toll, Reife, ich kann da gar nicht mit aufhören. Eigentlich ist es so sauer so. Mit im Lieferumfang enthalten ist übrigens dieses kleine Fläschchen mit Reinigungsmittel. Das können Sie jederzeit wieder füllen. Und dann sprühen Sie einfach, entweder hier direkt aufs Mikrofasertuch oder auch auf die Windschutzscheibe. Und dann reinigen Sie. Und jetzt, wenn wir mal die Totale haben, dann sehen Sie mal, was ich plötzlich für eine Reichweite habe. Gucken Sie mal, hier, da, bis rüber. Ich komme ins unterste Eck, ich komme, ganz egal, wie groß meine Windschutzscheibe ist, ich kriege sie mit diesem kleinen Tuch gereinigt. Und wenn es mal dreckig ist, wir haben noch Ersatzaufsätze drauf. Das heißt, eine Mikrofaser kommt in die Waschmaschine, die andere drauf. Und ich kann weiter ganz bequem und mühelos Fenster putzen. Und wir haben dabei nicht nur ein Ersatzpad, würde ich fast sagen. Wir haben zwei, drei gleichzeitig. Das heißt, Sie können putzen, der nächste nehmen, weiter putzen, der nächste nehmen, waschen und weiter putzen. Ganz toll. Keine Rückenschmerzen, keine Nackenschmerzen mehr, kein Verrenken mehr beim Autoputzen. Und da denken Sie daran, Sie haben vielleicht einen schwangeren Bauch. Ganz problemlos können Sie damit Ihre Windschutzscheibe putzen. Wir sehen auch gerade in dem Video, wie einfach das geht. Faszinierend, Ralf. Und übrigens haben wir auch manchmal nicht schwangeren Bauch. Aber auch für die ist es richtig hilfreich. Auch das Armaturenbrett. Einfach mal abwischen. Schauen Sie, drüber fahren. Leicht feucht machen. Und das mit Mikrofasertüchern geht es ja besonders gründlich. Und da wundert man sich manchmal, was denn da noch alles an Schmutz runterkommt. Und unser Windschutzscheibenwunder, so heißt es wirklich und auch zu Recht, gibt es für einen wirklich ganz sensationellen Preis. Für nur 3,71 Euro mit drei Aufsätzen. Das heißt, jede Menge putzen, ohne lange warten zu müssen, bis das nächste wieder trocken ist. Für unter der Bestellnummer SD505569 oder unter pearl.tv sichern Sie sich jetzt ein Putzerlebnis für Ihre Autoscheiben, Windschutzscheiben, Rückscheiben. Alles, was Sie möchten. Und Sie müssen sich nicht mehr verrenken. Für 3,71 Euro gönnen Sie sich was Gutes und krückenfreier Schmerz, sage ich mal. Und jetzt, jetzt haben wir einen Wechsel, einen Sprung, weil wir haben ja 25 top verschiedene Produkte. Ja, einen absoluten Sprung. Ich versuche jetzt mal irgendwie den Übergang, weil mit unserem Windschutzscheibenwunder können Sie dann natürlich auch jederzeit Ihren Flachbildschirm oder auch den Laptop reinigen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, also ab nach hinten, weil jetzt geht es uns um unser nächstes Superprodukt. Und das ist wieder mal ein Rechner der Extraklasse. Ein Laptop, der wirklich schon alle möglichen Rekorde an Verkaufszahlen geschlagen hat. Der HP Compact 6530B. Und das ist mal so ein richtig tolles Gerät für alle, die sagen, ich brauche jetzt endlich mal einen Laptop, aber ich will nicht so viel Geld dafür ausgeben. Nicht nur so viel Geld ausgeben. Und dann soll er noch stylisch aussehen. Und das bieten wir hier wieder. Wir geben wenig Geld aus oder beziehungsweise Sie geben wenig Geld aus. Und haben ja ein ganz tolles, hochwertiges Produkt und was noch gut aussieht und vor allen Dingen gut in Schuss ist, weil das wird der Ralf Ihnen jetzt erklären, was damit alles gemacht ist und was da drin tatsächlich alles verbaut ist. Ja, das ist für mich der absolut perfekte Einstiegsrechner. Gerade wenn man jetzt sagt, ich brauche einen für die Schule oder meine Kinder, meine Enkel brauchen einen für die Schule und die Anforderungen kommen ja immer früher. Dann kann ich jetzt in Fachbetrieb geben, kann 1000 Euro dafür oder mehr ausgeben oder ich bin eben clever und kaufe so ein Einstiegsmodell für 222,50 Euro. Und das hat ja auch einen guten Grund, warum die so günstig sind. Das ist einfach cleveres Kaufen. Denn hier handelt es sich nicht um ein Neugerät, sondern unser HP Compact ist ein sogenannter Leasingrückläufer. Das heißt, er hat schon mal zwei Jahre gezeigt, dass er hervorragend funktioniert, kam dann zurück, Herz und Nieren überprüft, ob alles stimmt und wenn alles passt, Güte Klasse A, dann kommt er wieder in den Verkauf und dann eben entsprechend zu Ihnen versehen mit zwei Jahren Gewährleistung und eben zu diesem unglaublich günstigen Preis. Das ist unglaublich günstig. Ich möchte das mal vorab nehmen schon mal. 222,50 Euro. Das malen wir rot an mit dicken Kreuz angemarkert. Das ist unser TV-Sonderpreis. Und der ist nur zwei Stunden gültig, deswegen schnell zuschlagen. Und bitte schauen Sie sich gerade in dem Video und den Zuspeln da nochmal an, wie toll der wirklich aussieht. Ja, der sieht nicht nur toll aus, er arbeitet auch toll. Wir haben hier ein 14,1 Zoll großes Display in WXGA-Auflösung, also schärfer als HD. Das Ganze hier mit einem 3 GB Arbeitsspeicher, ein schneller Zweikernprozessor ist drin und eine Festplatte von 160 GB. Als Krönung noch drauf, ein DVD-Brenner, sodass also wirklich alles drin ist, was man heutzutage braucht. Was machst du denn mit deinem Laptop, Patricia? Ich mit meinem Laptop, ich google meistens, schreibe E-Mails, bearbeite Fotos, gucke Filme, höre Musik, eigentlich alles, was man so macht. So, was der Otto Normalverbraucher macht. Und das alles ist mit diesem Gerät problemlos und vor allem in einem sehr, sehr hohen Tempo möglich. Aber nicht, dass ich jetzt 1000 Euro im Fachgeschäft ausgeben müsste, das wäre jetzt gerade ganz ärgerlich in der Urlaubszeit, wenn ich mich entscheiden muss, Ja, gehe ich in Urlaub oder kaufe ich mir ein Laptop? Machen Sie doch einfach beides. Kaufen Sie sich, seien Sie clever. Kaufen Sie sich so einen Leasing-Rückläufer für 222,50 Euro und der Rest von den 1000 Euro, damit gehe ich dann nochmal schick in Urlaub. Und HP steht natürlich für Qualität und Langlebigkeit und natürlich hier, ich glaube, das ist richtig stabil verarbeitet, richtig? Absolut. Ich sehe hier super stabile Scharniere und hier auch die Verarbeitung, das ist richtig robust. Das ist hochwertige Markenqualität. Die Edelstahlscharniere, die du angesprochen hast, klar, da kann ich den Laptop tausende Male auf und zu machen, da bricht nichts. Und bei so einem No-Name haben wir da gerne mal Kunststoff und irgendwann ist da mal gerissen und ja, dann ist der Laptop kaputt. Hier, das hebt hundertprozentig, das hält. Du hast mich ja eben gefragt, was ich mit meinem Laptop alles gemacht habe. Ich muss dir sagen, mein anderer Laptop ist nämlich kaputt gegangen, weil das hier aus Plastik war, ist das abgebrochen. Und dann hatte ich den, ich wollte schon sagen, den Mist und das war richtig teuer. Und dann habe ich mich geärgert und dann habe ich mir den hier geholt. Damit bin ich ziemlich zufrieden, weil das ist Edelstahl, das ist qualitativ und man hat mir auch gesagt, das ist langlebig. Also da haben wir wirklich wieder für alle Sachen was gesorgt. Und besonders, sie wissen, Kinder sind robust. Die schmeißen das oder packen das hier einfach oben, weil man es nicht machen sollte. Aber das hält dieser Computer aus. Das ist absolut ein super Einsteigermodell auch. Absolut. Und dann noch mit einem hervorragenden Betriebssystem. Windows 7 ist vorinstalliert, das heißt anschalten, loslegen. Und mit Windows 7 haben wir auch noch den Riesenvorteil, wir können ab 29. Juli kostenlos auf Windows 10 upgraden. Also hochwertend nochmal den Rechner, ohne einen Cent dafür auszugeben. Und allein Windows 10 beim Hochladen, da spare ich 135 Euro. Das würde das Programm regulär kosten. Und da sehen Sie mal, was das für ein Schnäppchen heute ist, für diesen unsagbar günstigen Preis. Unsagbar günstig 222,50 Euro. Ein High-End-Top-Produkt für Sie unter der Bestellnummer REF 11 46 569 für 222,50 Euro. Und on top können Sie am 29. Juli auch noch Windows 10 abladen. Das ist doch mal eine super Sache. Und jetzt haben wir natürlich wieder einen Produktwechsel, was komplett wieder was anderes als gerade zuvor. Deswegen wird es immer spannender. Und der Ralf, der hat es natürlich schon in der Hand und leuchtet hier kräftig rum wie ein kleiner Lichtspot. Ja, ich möchte, dass Ihnen jetzt mal ein Licht aufgeht. Und ich glaube, das wird ein richtig helles Licht. Ich gehe jetzt mal ein klein wenig runter. Weil ich habe hier eine wunderbare kleine Taschenlampe für Sie. Und zwar mit der neuesten LED-Technik. Da sehen wir es mit. Drei LEDs drin verbaut. Und die sind um ein Vielfaches heller als herkömmliche LEDs. Und das finde ich faszinierend. Übrigens eine unglaubliche Leuchtkraft bei ganz geringem Energieverbrauch. Das heißt, die Batterien, die hier drin sind, die leuchten wirklich ewig lang. Und wir haben ultrahelle Cree-LEDs mit drei Watt hier drin verbaut. Und zudem ist es noch sehr, sehr stabil, unsere kleine Taschenlampe. Und wirklich vielfältig einsetzbar. Und da habe ich gerade gedacht, so etwas sollte man immer bei sich in der Handtasche haben. Oder im Auto, im Handschuhfach, Entschuldigung, im Handschuhfach. Weil wie oft hat man das? Also ich hatte damals eine Autopanne, stand mitten im Dunklen. Keine Leitplanke. Und ich konnte auch nicht ins Auto gucken, was da jetzt irgendwie war vorne drin, weil ich kein Licht hatte. Und damit sehe ich wirklich alles. Oder wenn Sie irgendwo ins Gebüsch gehen müssen, weil Sie dann doch mal für kleine Mädchen wissen, was mir passiert ist. Ich habe nichts gesehen. Damit kann man sich alles sehen. Ja, jetzt guck mal, wir sind hier im hellen Studio. Und trotzdem habe ich so einen hellen Leuchtkegel. Und den kann ich jetzt auch noch, guck mal, in der Brennweite verändern. Und wenn ich das mache, bei voller Energie, habe ich eine Sichtweite bis zu 200 Metern. Und dann, guck mal, hier kann ich wieder größer gehen. Mein Schreif, hier ist doch schon so hell in dem Studio. Und trotzdem sehen wir das noch. Da siehst du mal, was das für Licht gibt. Das ist wirklich ultrahelle Studiobeleuchtung. Und das geht trotzdem mit dieser Taschenlampe. So, und wetter- und staubfest ist sie auch noch. Unsere aus Aluminium gefertigte Taschenlampe. Und das ist wirklich das, was jeder im Auto liegen haben soll. Übrigens zwei Leuchtmodi kann ich einstellen. Einmal volle Pulle oder dann, wenn mir das zu hell ist, auch mal halbieren. Mal gucken, ob Sie einen Unterschied sehen. Hier, gucken Sie mal, volle Pulle. Und jetzt gehen wir auf die Hälfte zurück. Aber auch da, je nachdem, wie Sie es möchten. Aber eine Leuchtweite von 200 Metern, das ist unglaublich. Und die ist übrigens so, so robust. Sollten Sie mal zu einem Unfall kommen, kann man mit dem Gehäuse ohne Probleme auch mal eine Fensterscheibe zerschlagen. Also eine Autoscheibe im Falle eines Falles. Also rundum perfekt, auch mit dieser Gürtel, mit dieser Handschlaufe, so dass ich sie locker an der Hand tragen kann. Auch wenn du nachts mit deinem Hund mal Gassi gehst, so durch dunkle Ecken, da ist doch so eine Taschenlampe perfekt. Perfekt. Und wie oft hat man als Frau auch Angst, in dunkle Ecken vorbeizugehen, weil man nicht sieht, was ist um die Ecke. Oder man kann gar nicht so weit schauen. Wir sehen auch gerade in dem Video, ich glaube, die Dame oder der Herr geht hier gerade durch den Wald. Und man kann wirklich ganz genau gucken, wo der Ball jetzt war. Und man findet ihn. Also das ist ein kleiner, robuster, alleskönner und so genial. Und so unglaublich hell mit 150 Lumen und wirklich aus hochstabilem Aluminium, wetterfest. Also auch, man braucht keine Angst vor Wasser, vor Staub. Das hält die ohne Probleme aus. Ist klein und handlich. Gucken Sie im Vergleich zu meiner Hand. Gerade mal, ja, ich könnte sie ganz in der Hand verschwinden lassen. Da sehen Sie es. Klein, handlich und mit der Schlaufe noch praktisch zu tragen. Legen Sie sich die ins Handschuhfach. Ich bin mir ganz, ganz sicher, so eine Taschenlampe, da kommt ganz schnell der Moment, wo Sie dann froh sind, wenn Sie so ein tolles Utensil im Handschuhfach liegen haben. Sollten Sie auf jeden Fall ein Handschuhfach haben. Und deswegen brauchen Sie natürlich auch die Bestellnummer. Das ist die NC 6884569. Für nur 9,41 Euro haben Sie das Ganze ganz schnell bei sich. Und da denken Sie an Ihre Sicherheit und an den Vorteil, was jetzt auch Ralf gesagt hat. Sie können damit tatsächlich im Notfall auch eine Scheibe einschlagen. Also, das hoffen wir nicht. Aber ganz schnell bestellen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Riesenwechsel. Ach, ich brauche die Schuhe gar nicht ausziehen. Der Ralf will zeigen, was hier losgeht. Er steht schon drauf, dann ziehe ich mir meinen Schuh wieder an. Ich ziehe den Schuh wieder an. Und ich habe hier gerade die Macht vom Ralf bekommen. Denn er steht auf unseren supergenialen Vibrationstrainer. Ich ziehe mir mal die Schuhe an. Also nicht, dass Sie denken, was ich hier gerade mache. Aber der Ralf lässt sich schon mal losschickern. Das sieht auch ganz toll aus. Und ich habe die Macht. Es ist, ich sage immer, Sport für Faule. Und das ist es auch so. Also, ich war immer so ein bisschen bewegungsfaul, bis ich den Vibrationstrainer kennengelernt habe. Da steht man 10 Minuten am Tag drauf und hat trainiert, ohne eigentlich viel zu machen. Aber man merkt es sofort und nach wenigen Tagen die Fortschritte. Nach Wochen fühlt man sich fit, als wäre man jeden Tag anderthalb Stunden joggen gewesen. Und das alles durch den Vibrationstrainer. Und du machst das ja schon wirklich eine ganze Weile. Und er hat auch selber erzählt, wie genial das ganze Gefühl ist. Denn Sie spannen wirklich alle Muskeln an. Und schauen Sie mal. Hier, durch die Hose sieht man wirklich, es arbeitet alles. Und wir haben hier natürlich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und Sie können ganz bequem zwischen vertikal und horizontal Schwingungen wählen. Aber auch nur vertikal geht oder nur horizontal. Ganz wichtig hier ist, wir haben dazu die richtige Bedienung hier. Und die können Sie mit nach oben nehmen. Genau, ich muss mich nicht bücken, wenn ich alleine bin. Und wir haben ja ein übersichtliches Display, da kann ich es bedienen. Aber wenn ich jetzt mal draufstehe, dann nehme ich die Fernbedienung in die Hand. Und ganz einfach geht das. Zack. Und dann machen wir einfach ein bisschen... Und Sie können auch ganz leicht wieder runter machen. Bis zu 15 Stufen. Fangen Sie aber, wenn Sie anfangen, langsam an. Steigern Sie sich Tag für Tag, Woche für Woche. Und Sie werden merken, wie Sie immer fitter und immer mutiger werden. Zum Beispiel am Anfang nimmt man diese Expander hier einfach mal, um das Gleichgewicht zu halten, weil man doch unsicher ist auf so einer wackeligen Platte. Und wenn man es da mal eine Weile gemacht hat, dann braucht man die eigentlich gar nicht mehr. Dann kann man nebenher die Arme noch trainieren. Und dann fangen Sie richtig an zu trainieren. Und dennoch mit wenig Aufwand viel erreichen. Man sagt, hier 10 Minuten reichen, hier drauf zu stehen, um ein Workout von 90 Minuten im Körper durchtrainiert zu haben. Aber Sie müssen nur 10 Minuten haben. Ganz toll, wirklich nochmal zu betonen, das ist wirklich schonend. Gelenk-schonend, Rücken-schonend. Sie können natürlich auch was anderes damit machen. Also wir zeigen das jetzt nicht alles, aber es gibt so viele Übungen. Sie können sich den damit entspannen. Sie können den Popo draufsetzen, sich anspannen. Sie können sich hier mit dem ganzen Körper den Rücken trainieren. Aber wie der Ralf das macht, das ist der Anfang. Und so fängt ja jeder mal an. So fängt man an und dann macht es auch Spaß, wenn man langsam mehr kann, wenn man sich mehr steigert. Übrigens, in der Weltraumforschung wurden diese Vibrationstrainer entwickelt. Gehen dann über den Profisport bis hin, mittlerweile stehen sie in jedem Fitnesscenter. Und das beweist, wie effektiv sie sind. Und hier sehen Sie mal die komplette Übersicht, was denn so ein Vibrationstrainer alles mit Ihnen machen kann. Jede Menge. Und schauen Sie sich ganz genau das Bild an. Das haben wir Ihnen endlich nochmal ganz groß eingeblendet. Das geht von oben bis unten. Vom Kopf fängt es an und geht bis in die letzte Fußspitze. Wir haben auch in der Reha sehr, sehr erfolgreich eingesetzt. Das kann ich auch aus erster Hand erzählen. Ich hatte vor wenigen Wochen eine Innen- und Außenmeniskus-OP. Ja, ich habe da mal drei, vier Tage pausiert und da bin ich langsam wieder drauf gestanden. Und ruckzuck war die Muskulatur wieder da, wo sie hin sollte. Und jetzt laufe ich wieder wie vorher ohne Probleme. Also vielfältig anwendbar. Und wie effektiv das ist, sagt uns eben oder zeigt uns die Tatsache, dass es mittlerweile in jedem Fitnesscenter steht. Aber da muss ich einen Haufen Geld dafür bezahlen. Da müssen Sie einen Haufen Geld für lassen. Erstmal haben Sie die Überwindung, die Sie so nicht haben, wenn Sie es zu Hause haben. Sie müssen sich erstmal überwinden, nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio zu gehen. Sie zahlen monatliche Gelder. Dann drittens muss ich Ihnen sagen, es kostet nochmal meistens extra Geld, diese Vibrationsplatten zu benutzen. Und dann viertens schämen Sie sich vielleicht, wenn da Ihr Popo wackelt oder Ihre Brust wackelt oder bei den Herren mal irgendwie der Bauch wackelt. Da schämt man sich. Hier können Sie es in den eigenen vier Wänden. Da ist es doch schon kleiner geworden. Das ist schon ein kleiner Waschbärbauch. Waschbärbauch, genau. Waschbärbauch. Aber was ich besonders toll finde, ist klein und kompakt. Ich kann einfach mal unterm Bett rausholen, meinen Vibrationstrainer mich draufstellen. Und das Schöne ist, so ganz nebenbei als Nebeneffekt, die Pfunde purzeln. Wenn man es regelmäßig macht, wenn man wirklich den inneren Schweinehund mal überwindet und wirklich täglich draufsteht, dann wird man merken, wie man so Pfündchen für Pfündchen leichter wird. Und da reden wir wirklich kein Quatsch. Ich sage das mal mit meinen Worten, wir reden hier wirklich kein Quatsch. Ich selber habe über 25 Jahre getanzt und bin dann gesundheitlich ausgefallen und habe mit sowas wieder angefangen. Und es wurde wirklich alles wieder trainiert. Ich kann es aber auch erzählen, meine Cousine ist schwanger gewesen. Danach hat sie sich um ihr Baby trotzdem kümmern können und hat sich morgens da mit 10 Minuten hingestellt und sogar abends. Das hat optimal funktioniert. Und ganz toll ist, es ist wirklich wenig Zeitaufwand und effektive Arbeit für den Körper. Vor allen Dingen für die Muskeln, für die Dehnung und für den ganzen Körper. Aber ich bin davon nicht nur begeistert. Rufen Sie an und bestellen Sie sich das und verstecken Sie das unter dem Bett oder der Couch. Und es macht auch Spaß, da drauf zu stehen. Wenn man es regelmäßig macht, wenn man dann diese wirklichen Schritte, die man macht, die man hinter Fitness merkt, wenn es wieder einfacher geht, wenn man die Treppe hochsteigt und so, dann macht es richtig Spaß. Dann steht man gerne drauf. Täglich 10 Minuten reichen. Ich mache es übrigens immer morgens, wenn ich das Frühstücksfernsehen, wenn ich die Nachrichten anschaue. Und jetzt ist er auch endlich wieder lieferbar. Und das unter der Bestellung NX 11 04 569. Endlich wieder lieferbar, wie Ralf sagt. Für 237,51 Euro. Eine einmalige Investition für Ihr Wohlempfinden, für körperliche Fitness. Und das ganz einfach von zu Hause in Ihrem Zuhause und unterm Bett versteckt am besten. Jeden Morgen damit anfangen. Und damit starten wir dann morgen in den Tag. So, jetzt überleg dir mal, wenn du so im Fitnesscenter gehst, dann musst du dich ja vorher umziehen, musst dich richten, dann fährst du hin, danach duschen, wieder umziehen, wieder heim. Dann sind aus 10 Minuten Training sind ruckzuck mal 2 Stunden geworden. So, und die Zeit, die ich jetzt spare, die kann ich wunderbar mal zu einem Picknick zum Beispiel nutzen. Und da haben wir genau das Richtige für Sie. Oh, du hast ja eine klassische Überleitung. Die Picknickdecke, und die finde ich einmalig. Erstens mal, guck mal, die tragen wir einfach so wie eine normale Tasche. Handtasche. Ja, sieht auch richtig schick aus. Und jetzt machen wir sie mal auf. Und das geht auch ganz einfach. Genau. Einfach auseinanderklappen. Und jetzt, guck mal, jetzt haben wir plötzlich eine riesen, nimmst du mal die eine Seite, eine riesen Picknickdecke. Guck mal, und jetzt fehlt uns nur noch ein bisschen gekühlte Getränke und Sonne hier im Studio. Dann könnten wir hier ein Picknick machen. Guck mal, ja, 2 Meter mal 1,75 Meter groß. Ich mach's mal hier vorne ein bisschen glatt. Da kannst du dich komplett drauflegen. Ja, und das ist auch super bequem. Man liegt da richtig schön. Man kann sich ausbreiten am Badesee oder einfach mal irgendwo im freien Feld Picknickdecke ins Auto rausnehmen und sagen, ach komm, jetzt setzen wir uns mal auf. Die ist auch richtig kuschelig rein. Und im Sternenhimmel musst du dir das mal anstellen. Zu zweit, jetzt sind wir wieder romantisch. Ach, romantisch. Aber ich muss nur ganz ehrlich sagen, die ist wirklich kuschelig erredet vom Sternenhimmel. Da sind wir wieder bei der Romantik vor. Aber wir sehen auch gerade hier wieder im Einspieler. Schau mal, sie sitzt zwischen den Bergen auf der Wiese mit dieser wunderbaren, angenehmen, kuscheligen Fletch. Das ist wirkliche Fletch-Materialqualität. Ja, es fühlt sich auch wirklich toll an. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem weiteren Highlight, weil ich muss da nicht Angst haben, wenn es mal ein bisschen feucht ist im Gras, dass meine Decke gleich ruiniert ist. Sondern wir haben hier auf der Unterseite eine Vinyl-Schutzbeschichtung und die ist wasserabweisend. Und das gucken wir uns jetzt mal auch gleich an, weil damit kann ich auch mal auf einen nassen Untergrund legen. Also eine riesengroße Liegefläche habe ich hier und unten diese Schutzbeschichtung. Und das Ganze nachher wieder klein zusammengelegt mit dieser Tasche und mit dem Kleppverschluss. Und praktischer geht es ja gar nicht, wenn es um Vliesdecken oder um Picknickdecken geht. Guck mal da, diese Beschichtung. Du hast jetzt ja gesagt, dass es ja eine wasserfeste Rückfläche ist, was aber auch ganz oft das Problem ist. Denken Sie daran, wenn Sie zum Beispiel in Urlaub fahren und Sie gehen an den Strand. Wie eklig das ist, es ist wirklich eklig. Wie sandig dann Ihre schöne Decke oder Ihr Handtuch ist, weil Sie sich da drauflegen. Dann sind Sie so am Schütteln, schütteln sich den Sand an den Kopf und an den Haaren. Jedenfalls bin ich so schusselig. Und hier ist ganz einfach, da es nicht nur wasserabweisend ist. Hier gehen Sie einmal rüber, ist der Sand weg und Sie können es ganz bequem zusammen auseinanderfalten und das nächste Mal wieder benutzen. Richtig. Und wir haben gerade gesehen, wie klein und kompakt das ist. Dann falte ich sie auseinander, Picknick beendet, dann wird es wieder genauso klein zusammengefaltet und sieht wieder aus wie eine ganz, ganz schicke Tasche. Zusammengerollt, nur noch 40 mal 25 Zentimeter groß. Also eine ganz einfache, bequeme, leichte Strandtasche, die ich mitnehme. Und vor allen Dingen ist die wirklich pflegeleicht. Was ich so toll finde, ist wirklich, wenn man dann die Decke ausschüttelt, dann hat man meistens noch den Sand in der Decke. Und dann, wenn man das in die Waschmaschine tut, dann hat man den Sand in der Waschmaschine. Das ist ganz übel. Und vor allen Dingen, wenn Sie das öfters haben, wenn die Kinder öfters am Strand gehen, das wollen Sie gar nicht wissen, wie dann die Waschmaschine ist. Deswegen ganz schnell bestellen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch die Bestellnummer und das ist die NC8098569 für 12,26 Euro. Haben Sie das gute Stück für 12,26 Euro bei sich? So, ich bin jetzt hier schon im Zungenknoten wieder drin, weil ich die wirklich ganz toll finde. Und das übertreibe ich jetzt nicht. Ich finde die wirklich gut und praktisch für jeden. Für den Single-Haushalt, für Pärchen, für Familien. Da ist für jeden was für den Ralf, wenn er wieder romantisch ist, um den Sternenhimmel zu gucken. Ja, 12,26 Euro, ein unglaublicher Preis für so eine praktische Picknickdecke. So, jetzt haben wir Sport gemacht, jetzt waren wir draußen zum Picknicken und jetzt kommt der gemütliche Abend. Und Sonntagabend vielleicht mal einen Tatort oder mal eine andere Sendung anschauen. Aber bitte in HD-Qualität. Und hier haben wir jetzt einen unserer meistverkauften Artikel, nämlich unseren HD-SAT-Resiver. Und Patricia hat ihn schon auf der Hand, auf ihrer zarten Frauenhand. Da kann man mal sehen, wie klein und kompakt unser Receiver ist. Der ist nicht nur klein und kompakt, er ist wirklich ein kleines, großes Wunder. Und ich habe nun wirklich ultra kleine Hände und da passt er rein. Das heißt, er ist nicht platzanweisend, sondern, schauen Sie mal, total süß. Alles drin und ich sehe da auch noch so kleine Öffnungen. Das heißt, er ist ein kleiner Alleskönner mal wieder. Das ist wirklich ein Alleskönner. So klein wie er ist, hat er ganz, ganz große Technik. Also normaler, der SAT-Resiver empfängt eben ihre Programme in HD. Und das also wirklich in aller, aller bester Qualität. Dann hat er Videotext, selbstverständlich elektronische Programmzeitschrift. Ist hier schon vorinstalliert. Und dann kommen wir jetzt auf den kleinen Steckplatz da vorne. Das ist nämlich ein USB-Steckplatz. Und da kann ich jetzt einen USB-Stick oder eine externe Festplatte gerne mal reinstecken. Weil hier in dem kleinen Gerät verbaut ist auch noch ein Full-HD-Player. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal Urlaubsfotos reinstecken und auf meinen Flachbildschirm damit projizieren. Oder Urlaubsvideos. Oder auch mal einen Blockbuster, den ich nur auf Festplatte habe. reinstecken, loslegen. Und das alles geht mit diesem kleinen Gerät für diesen sensationellen Preis. Und der ist ja wirklich der Alleskönner. Und für diesen Preis, wie Ralf ja gerade schon drauf angespielt hat, für 25,55 Euro ein echtes Schnäppchen. Und was ich ganz toll finde, die meisten Jugendlichen geben ja ihren Eltern ja die Filme auf den Stick. Und dann sagen die Eltern, was soll ich denn jetzt damit anfangen, wie soll ich den kicken? Und dann sage ich ihnen ganz einfach, wenn sie sich das holen, ist das kein Problem mehr, wenn ihr Enkel oder ihr Sohn oder ihre Tochter oder sie selber vielleicht einen Film downloaden. Dann können sie ihn ganz einfach wie hier in dem Video reinstecken und dann gucken. Und jetzt haben wir auch die Menüführung über den Bildschirm. Das finde ich persönlich auch sehr schön. Einfach mit der übersichtlichen Fernbedienung dann das ansteuern, was ich möchte. Okay drücken und dann geht's los. Und hier machen wir jetzt mal eine Diashow von Urlaubsfotos. Einfach raussuchen und dann nur noch auf Play drücken. Und dann läuft die Diashow jetzt eben auf ihrem großen Flachbildschirm. Und dann können sie sich die tollen Bilder mal wieder anschauen. Und wissen Sie, woran ich gerade denke? In Full HD Qualität würde ich noch sagen. Ach ja, sagt es ja, Full HD Qualität. Ich denke gerade daran an, wenn Sie sich die alten Urlaubsbilder oder Kindergeburtstage, Ihre vielleicht schon verheirateten Kinder angucken wollen. Das können Sie ja das auch machen. Und das ist ganz schön auf diesem großen Fernseher, in dieser Qualität sich anzuschauen. Also dieses kleine Ding ist wirklich ein Alleskönner. Und dahinter haben wir natürlich noch weitere Anschlüsse. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein älterer Fernseher haben, dann wird Ihnen jetzt Ralf zeigen, was da alles noch so drin steckt. Ja, hinten die Anschlüsse, auf die kommen wir gern zu sprechen. Wenn wir mal anschauen, auch so dieser HD Ready am Anfang. Die Flachbildschirme hatten alle noch keinen HDMI-Eingang, sondern wurden vielleicht noch mit Skat gefüttert. Und auch den Skat-Anschluss haben wir HDMI selbstverständlich. Hier haben wir was für digitalen Audio-Ausgang. Also wenn ich so eine richtige schöne Dolby-Surround-Anlage habe, kann ich hier für digitalen Sound sorgen. Und natürlich die Anschlüsse vom Receiver mit dem F-Kabel dran. Klein, robust und unglaublich groß in der Technik. Das ist unser HD-SAT-Receiver. Und eine Kleinigkeit haben wir noch, weil das ist eine Pearl Edition. Die haben wir mit eingebaut. Und die ist auf unserer Fernbedienung. Und ich finde das auch toll, weil oftmals findet man Pearl nicht auf Anhieb, weil wir irgendwo hinten vergraben sind. Bei mir übrigens auf Sendeplatz 604. Dann drücke ich einfach auf die Direktwahl-Taste. Und dann bin ich, egal auf welchem Programmplatz Pearl programmiert ist, direkt bei Pearl. Also auch das noch eine Kleinigkeit, die ich persönlich richtig toll finde. Also ich finde das eine süße Idee, dass Sie direkt mit einem Knopfdruck, zack, drücken Sie auf den grünen Zauberknopf. Und schon sind Sie bei uns gelandet. Ich habe das passende grüne Kleid zu dem grünen Knopf heute an. Denn ich stehe auf grün. Das ist Pearl TV. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, hier alle TV-Schnäppchen dann nicht zu verpassen. Mit einem Knopfdruck sind Sie passend bei uns. Und das für 25 Euro und 55 Cent. Alles mit dabei unter der Bestellnummer px1369569 oder auf pearl.tv und der Website im Internet. Schnell bestellen, sichern Sie sich. Absolutes Fernsehvergnügen pur. So, jetzt gehen wir nach dem Fernsehschauen ins Bett. Am nächsten Morgen stehe ich auf und dann geht es zum Morgenmuffeln. Und jetzt wäre doch das Schönste zum Wachwerden so ein tropischer Sommerregen, oder? Ja, und ich denke dabei gerade an einen Wasserfall oder diesen tropischen Regen. Wenn du so wirklich aus dem Urlaub kommst und es fängt dann an, so heiß zu regnen. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Oder natürlich auch morgens aufzustehen und man wünscht sich da so, ja, dass der Regen einfach von oben dich duscht. Ja, Entschuldigung. Das kann ich jetzt machen. Die meisten von Ihnen haben so einen kleinen Duschkopf zu Hause. Da kriegt man einen Strahl, der hat so 8 cm Durchmesser vielleicht. Oh, klein ist der. Und dann duscht man sich ab. Und jetzt haben wir aber was wirklich Gigantisches. Nämlich hier diesen riesen Duschtopf. Und Sie sehen mal gerade mal, wie groß der ist. Wie dein ganzer Kopf. Genau. Der hat nämlich wirklich 20 cm Durchmesser. Und hier sind 140 Einzeldüsen verteilt. Und jetzt mache ich damit das absolute Duschvergnügen. Ich habe hier jetzt nicht mehr nur einfach ein bisschen Duschen, ein bisschen Wasser, sondern ich habe dieses große tropische Regengefühl. Und das ist, finde ich, phänomenal. Und die Regie, die schwärmt schon davon, dass Sie immer eine tropische Sommerdusche jetzt am Morgen haben. Seitdem wir diese Sachen haben, haben Sie nämlich alle zu Hause in Ihrer Wohnung die verbaut. Und die schwärmen alle, die Jungs. Das kann ich Ihnen sagen. Also meine lieben Damen, greifen Sie auch zu. Und meine lieben Herren, gönnen Sie sich den tropischen Sommerregen zu Hause in Ihrer Dusche. Ein guter Freund von mir war im Urlaub in so einem super Luxushotel. Und da hatten die solche riesen Duschköpfe im Hotelzimmer. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, oh, so einen brauche ich. Hatten Sie sich gekauft. Hat, glaube ich, 69 Euro dafür bezahlt. Dann habe ich gesagt, also der Duschkopf ist ja klasse. Aber 69 Euro zu zahlen, habe ich ihm gerade mal den Vogel gezeigt. Weil das geht auch günstiger. Bei gleicher Qualität. Und dann habe ich dieses Luxus-Duschvergnügen, wie es normalerweise vielleicht nur aus Luxushotels kennt. Also duschen Sie sich Ihre Müdigkeit und Ihren Stress weg. Und das geht ganz einfach für 12,26 Euro. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich immer gefreut, wenn ich in Hotels untergebracht war. Und die diese tollen Regenduschen hatten. Da habe ich wirklich ultra lang geduscht. Naja gut, ich wusste auch, dass ich die Wasserrechnung nicht zahlen muss. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist ein ganz tolles Gefühl. Aus wirklich, ich erzähle Ihnen hier keinen Quatsch. Das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, so viele Düsen zu haben und so viel Wasser strahlen. Das ist wirklich so wie ein Sommerregen, wo Sie drunter stehen. Nur, dass Sie sich wirklich einschäumen können und wirklich genießen können. Und da kann ich meinen Kopf hinter verstecken und Sie können sich drunter verstecken. Ja, der ganze Körper wird gleichzeitig geduscht. Und dann schaut man mal nach oben, macht die Augen zu und hat das Gefühl eben eines tropischen Regendusches. Und das ist richtig schön. Das ist Luxus-Duschen pur. Passt natürlich auf alle handelsüblichen Schläuche. Man braucht nur den alten Duschkopf abschrauben und den wieder drauf. Das kann man auch als handwerklich unbegabter Mensch absolut schnell tun. Jetzt sieht es irgendwie aus wie ein Taschenspiegel. Das ist wirklich so toll, auch so dünn. Das sieht ja richtig edel aus. Ich würde sagen, das Sets, schauen Sie sich das mal an. Ich habe jetzt meine Fingerabdrücke da drauf, aber da würden Sie sich jetzt nicht von irgendwie blenden lassen. Schauen Sie, das ist so dünn und das sieht doch mal wirklich elegant aus. Ich würde sagen, das hebt und wertet doch wirklich jede Dusche auf. Das ist ein ganz tolles, edles Stück. Und jeder würde denken, Sie haben da 100 Euro für ausgegeben. Und das müssen Sie natürlich nicht sagen, dass Sie hier nur 12,26 Euro ausgegeben haben. Genau, 12,26 Euro. Mehr muss so eine wunderbare, große Dusch, so ein großer Duschkopf mit kosten. Rufen Sie gleich an. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist die Bestellnummer. Genau, und die sage ich Ihnen jetzt ganz schnell. Unter der NC3012569 haben Sie das Richtige, den Regen für zu Hause mitbestellt. Und natürlich, wenn Sie jemandem was anderes schenken wollen, zum Beispiel der Nachbarin oder dem besten Freundin oder Ihrem Mann, dann schenken Sie das unter der Bestellnummer und dann die 12,26 Euro nur ausgeben. Unter der eingeblendeten Telefonnummer haben Sie den tropischen Sommerregen bei sich zu Hause in der Dusche oder vielleicht als Geschenk. Das ist auch eine tolle Idee. Absolut. So, und wir wechseln schon wieder das Thema, obwohl Duschkabinen kann man mit unserem nächsten Produkt auch ohne Probleme reinigen. Denn wir kommen zu unserem intelligenten Fensterputzroboter von Sichtlau. Und noch nie hat Fensterputzen so viel Spaß gemacht wie mit diesen Geräten. Und wir haben es auch gleich mal hier dran. Und ich sage, der Fensterputzen ist für mich eines der lästigsten Hausarbeiten überhaupt. Deshalb schaue ich lieber zu, als dass ich es selber mache. Und das ist ja jetzt möglich. Das ist jetzt möglich und ich kann Ihnen sagen, ich greife das nochmal auf, was Ralf gesagt hat. Wer hat denn wirklich Lust? Ich sage mal, ich habe null Bock Einstellung, ganz kurz mit meinen Worten zu sagen. Ich hasse Hausarbeit und ich hasse vor allen Dingen Fensterputzen. Fensterputzen ist was ganz Blödes, finde ich immer. Das ist super zeitaufwendig. Sie brauchen den Eimer Wasser, dann diesen Fenster abziehe. Dann noch ein Ledertuch zum Abpolieren und vorher noch ein Tuch zum Einschäumen. Und wenn die Sonne kommt, dann siehst du wieder alle Streifen. Dann siehst du alle Streifen und dann ist der Tag wieder vorbei. Da machen sich die Leute wieder über dich lustig, wie du Streifen gezogen hast. Wozu hast du überhaupt die Fenster geputzt? Das geht jetzt viel einfacher. Wir sehen hier unseren Fensterputzroboter in Aktion. Zwei Mikrofasertücher auf diesen zwei sich bewegenden Scheiben sorgen dafür, dass ihre Scheibe gründlichst geputzt wird. Das ist denkbar einfach. Fühlt sich also schön weich ein. Übrigens Wechselpads sind noch dabei. Die kann ich dann einfach abziehen, wenn sie dreckig sind in die Waschmaschine. Und jetzt arbeiten wir hier mit ganz intelligenter Technik. Früher wurde das mal mit Magnettechnik gemacht. Heutzutage mit Ansaugtechnik. Dabei ist es dann egal, wie dick die Scheibe ist. Doppelt, dreifach, vierfach verglast. Ganz egal. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie einfach das geht. Wir setzen den Roboter auf die Scheibe und ich schalte ihn an. Mehr brauche ich nicht machen. Hör mal. So, jetzt saugt er sich fest. Und jetzt muss ich ihm nur noch sagen, putz mal los. Und dann fängt er an zu putzen. Guck mal. Ist das nicht mal genial? Sie können einfach mal jemandem sagen, der nicht schimpft, dass er die Fenster putzen soll. Und dann noch so putzt, wie Sie es wollen mit der Fernbedienung in der Hand. Zack. Wisch mal links. Wisch mal rechts. Aber ich glaube, der Ralf hat mir auch erzählt, der findet seinen Dreck auch selbst. Ja, der hat Sensoren auf der Unterseite. Die schauen, wie sauber, wie schmutzig ist die Scheibe noch. Und entsprechend geht er dann seine Runden hin und her, hoch und zurück. Und schön ist, er geht natürlich auch in die Fensterrämen hier mit rein und reinigt hier auch die Kante. Und das ist natürlich für den Privathaushalt hervorragend geeignet, aber auch für Gewerbetreibende. Stell dir mal vor, du hast ein schönes Schaufenster. Oh, das wird doch alle Leute anziehen, die vorbeigehen. Wenn Sie da so einen Roboter haben, der Ihnen Ihr Schaufenster sauber macht, da haben Sie nochmal einen extra Blickwinkel für Ihre Fenster, um die nicht nur die Puppe angucken, was sie Schönes anhaben, sondern was da Schönes geputzt wird. Ja, und jetzt hatten wir vorhin auch so einen schönen Duschkopf. Und Duschkabinen neigen ja dazu, zu verkalken. Ja. Und da kann ich auch stundenlang schrubben oder den Fliesenspiegel im Bad. Und da kriege ich wieder Nackenschmerzen. Ja, und da setze ich auch meinen Roboter rein. Mach ihn an und lass ihn putzen. Und in der Zeit kann ich viel, viel sinnvollere Sachen erledigen. Und er meldet sich übrigens auch, wenn er fertig ist. Denn wenn er sagt, Fenster ist sauber, dann gibt er einen Piepston von sich und sagt, okay, da haben wir schon. Fenster ist sauber. Jetzt kann ich ihn einfach ausschalten und abnehmen. Das mache ich hier. Und ans nächste Fenster setzen. Einfacher ging es wirklich noch nie, Fenster zu putzen. Und ich möchte es jetzt auch mal ausprobieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, der hat wirklich so zack, zack ansammelt. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ich gehe mal auf die andere Seite. Aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sein. Wer hat denn schon wirklich so schnell die Fenster geputzt? Also ich auf gar keinen Fall. So, ich drücke jetzt mal einfach nur auf den Knopf. Wenn ich das kaputt mache, sagt er mir Bescheid. Und jetzt gibt es ihm einfach mit der Fernbedienung den Befehl. Putz mal los. Und guck, er putzt. Das ist ja mal praktisch. Ja, einfacher geht es gar nicht. Guck mal, der geht ja richtig so zack rauf und runter. Und von selbst wieder runter. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Und du siehst die rotierenden Scheiben und damit wird es gereinigt. Und zwar streifenfrei und absolut sauber. Das geht übrigens auch bei Dachfenstern, nämlich bei einer Neigung, bis zu 45 Grad kann ich diesen Fensterputzroboter einsetzen. Und das war noch vor wenigen Jahren so ein Traum. Ach, hätte ich doch nur einen Roboter, der mir die Haushaltsarbeit abnimmt. Hier wird ein Traum wahr. Also das ist eine ganz tolle Idee, was du gesagt hast, mit einem Dachfenster. Ja. Meine Eltern haben immer das Problem, mein jüngster Bruder, der ist schon größer als ich, der hat mehr Spaghetti gegessen als ich. Aber der hat das Dachfenster und sie mag das nicht immer putzen. Und so kann sie einfach den Roboter draufkleben, draufkleben, sag ich, da saugt sich ja von selbst fest und er putzt. Ja, auch wenn du im zweiten oder dritten Stock wohnst, die Außenfenster, da passieren ja die unglaublichsten Unfälle. Auch das muss nicht mehr sein. Machen Sie einen Fensterputzroboter dran, ja, dann passiert Ihnen auf keinen Fall was. Und diese Hilfe ist unglaublich günstig. Das sollte man sich einfach gönnen. Für 265,91 Euro haben Sie uns einen tollen Roboter hier zur Verfügung gestellt, den Sie natürlich nach Hause sich bestellen können unter der Bestellnummer. Der NC5649569 gehört ja bald Ihnen und lästige Hausarbeit. Ade, tschüss und weg damit. Damit haben Sie mehr Zeit in Ihrem alltäglichen Leben. Und wir sehen jetzt gleich schon den Ralf. Der sitzt hier ganz gemütlich mit einem Ding, was Sie bestimmt kennen. Aber hier ist das noch viel einfacher. Sie können das aufpusten und die Luft rauslassen, wie Sie möchten. Und Sie können für Ihre Nackensicherheit sorgen, aber auch für die Nackenbequemheit. Ja, das ist einfach mal fürs Entspannen zwischendrin. Egal ob im Flugzeug, im Bus, im Auto oder sogar auf dem Bürostuhl. Einfach mal dieses Nackenkissen anlegen und dann zurücklehnen. Das entlastet natürlich die Halsmuskulatur. Und dementsprechend kann ich entspannen, auch mal ein Nickerchen machen während der Autofahrt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eben flexibel sind. Denn wir können jetzt das Nackenkissen ohne Probleme aufmachen. Da sehen Sie es, wunderbar, ein Fließstoff. Und hier haben wir einen Reißverschluss. Und hier drin ist wie so ein kleiner Schwimmring, sage ich. Der ist aufblasbar. Das heißt, jetzt einfach Luft rauslassen und dann kann ich das so klein zusammenfalten, dass es wirklich in jede Jackentasche passt, in jede Handtasche. Und wenn ich es wieder brauche, ja, zwei, drei Atemzüge, dann ist es wieder gefüllt. Und ich habe wieder diese Entspannung, genauso wie ich mir das wünsche. Und vor allen Dingen ist das wirklich richtig angenehm. Ich kann Ihnen sagen, weil ich habe das gleiche Ding nicht aufblasbar. Und es passt so jetzt gerade nicht in meinen Koffer, weil ich bin hier erst mal mit dem Koffer hingedüst. Und ich hatte keinen Platz mehr. Dann kommt noch das Unangenehme dazu. Der ist so matschig, flatschig nach einer Zeit. Und hier haben Sie wirklich, wenn Sie können es immer mehr aufpusten, dann haben Sie es halt straffer. Sie können ein bisschen Luft rauslassen, dann haben Sie es ein bisschen weicher. Also das ist wirklich ein angenehmes Luftkissen und es passt sich wirklich optimal Ihrer Nackenmuskulatur auch an. Und Sie können sich so wirklich entspannen. Und das ganz Tolle, was Ralf gesagt hat, ist auch, Sie können die Luft rauslassen. Es passt in jede Handtasche und es nimmt keinen Platz weg. Im Gegenteil, Sie pusten es auf und Sie haben wieder Platz für Ihren Hals geschafft. Ja, und du hast auch was Schönes gesagt, wenn Sie mal schmuddelig werden, das ist hier auch kein Problem. Auch wieder gerade das Innenteil rausnehmen. Das Vlies kann ich bei 30 Grad ganz locker waschen. Und dann riecht es auch wieder ganz neu, ist wieder blitzblank sauber. Und ich kann mir weiter den Genuss gönnen, hier mich einfach mal zwischendrin ruhig ausruhen mit einem entspannten Nacken. Also es ist wirklich kuschelweich und ich kann Ihnen nur sagen, schauen Sie sich mal an, das ist mal ein cooles, schlichtes Anthrazit. Und hier haben wir noch was ganz Süßes verarbeitet. Erstmal davon abgesehen, dass es total weich ist und angenehm. Das ist wieder Fletch und Sie wissen, Fletch ist richtig weich und warm. Und hier, hier haben wir eine coole Tasche noch. Da können Sie vielleicht ein Taschentuch reinstecken oder zum Beispiel, wenn Sie Musik hören, da können Sie sich einen MP3-Player reinschieben oder Ihr Handy. Aber eigentlich sollten Sie das wirklich nur nutzen, wenn Sie es benötigen, weil wir wollen ja, dass Sie den Kopf darauf ablegen können und sich entspannen können. Ja, Entspannung pur für unterwegs und das extremst flexibel, aufblasbar. Und wenn ich die Luft rauslasse, ist es nicht mal mehr so groß wie eine Hand. Und das sollte man auf jeder Reise mitnehmen. Sie kennen das, wenn man mal unterwegs schlafen will, gerade auch im Auto, im Zug, im Flugzeug. Man sitzt einfach so unbequem und wenn man dann wirklich zum Schlafen kommt und aufwacht, dann hat man einen steifen Hals. Dann braucht man wieder ein paar Stunden, um sich zu erholen. Das geht mit diesem Kissen viel, viel einfacher und entspannter. Entspannter auch für Ihre Kinder, weil meistens haben Sie für Ihre Kinder ja auch noch so was. Wenn Ihre Kinder im Autositz sitzen, können Sie das immer rausholen und können das dem Kind schonend um den Hals liegen. Lassen Sie einfach ein bisschen weniger Luft rein. Hier ist die Bestellnummer dafür, die NC5177569 für nur 4,66 Euro. Also das gibt es nun wirklich nirgendwo. Also ich habe da auch schon 12 Euro für gelassen. Also wirklich günstig und ganz angenehm. Was angenehm ist für Sie als Erwachsener oder als Kind, ganz toll für 4,66 Euro unter der eingeblendeten Telefonnummer hier unten anrufen. Und das sich gönnen und immer eine Handtasche dabei haben. Zack und jetzt haben wir wieder einen Produktwechsel. Ja, Entspannung pur bei dem Kissen, aber da geht es auch weiter. Entspannung pur und zwar zu Hause und das mit einem schicken Zimmerbrunnen. Ich würde sagen, Patricia, wir gehen jetzt einfach mal hin an den Brunnen. Hier ist nämlich unser Zimmerbrunnen Stairs und der ist ja wirklich wunderschön. Den kann ich zu Hause ganz einfach installieren. Ein bisschen Wasser rein, an die Steckdose rein und schon habe ich diesen wunderschönen Wasserlauf zu Hause. Das ist ein ganz toller Wasserlauf und ich möchte hier direkt mal vorweg nehmen, das ist eine Treppe und da können Sie sich verschiedene Sachen drin assoziieren. Zum Beispiel, ich denke immer an die Himmelstreppe, dass die Himmelstreppe in den Himmel rauf geht oder für Sie die Treppe zum Ziel oder die Treppe nach Hause. Also alles, was Sie sich wünschen, können Sie da rein assoziieren und wir hören auch das Wasser, das entspannt ja total. Das beruhigt, ja. Viele haben ja Aquarien zu Hause, aber das wäre nichts für mich, aber so ein Zimmerbrunnen, das ist was Schönes. Und das kann ich hier wunderbar integrieren in mein Blumenfenster zum Beispiel, wenn ich es auf dem Fensterbank habe. Kann es toll dekorieren, denn wir haben hier auch noch Freiflächen, in denen wir jetzt hier zum Beispiel Pflanzen reingesteckt haben. Und jetzt hören wir mal den Pflätschern zu. Ich gehe mal ganz ins Wasser. Das ist richtig beruhigend, dieses leichte Pflätschern. Das ist ganz beruhigend. Ich finde es wunderschön. Die Dekosteine hier sind übrigens auch schon mit dabei, sodass ich das wirklich toll in meine Pflanzenwelt integrieren kann und wie Sie da rumdekorieren, das ist Ihre Sache. Aber Sie sehen schon, es sieht einfach wunderschön aus. Und da ist keine Grenze gesetzte Dekoration, weil Sie können noch jede Menge anderen Sachen da reinsetzen. Sie können hier, hier haben Sie einen ganz großen Bereich, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber Sie können hier Blumen reinstecken. Sie können hier richtig reinpflanzen. Ach, schauen Sie mal, wie toll das jetzt aussieht mit so einer tollen Blume. Schau mal, Ralf, das setzt sich ja auch nochmal ab. Also ich finde das, ach, da könnte ich nur eine pinke Blume dazu setzen. Also es wird ja richtig. Man fühlt sich einfach wohler mit so einem kleinen Zimmerbrunnen, denn der nicht nur durch das wirklich tolle, tolle Pflätschern, sondern auch die Luftfeuchtigkeit im Raum wird hier auf dem Niveau gehalten, das ich gerne hätte, um mich wohlzufühlen. Auch die Pflanzenwelt außenrum wird es Ihnen danken, denn die sind auch sehr, sehr froh, wenn die Luftfeuchtigkeit da noch ein bisschen erhöht wird. Und dann gedeihen Ihre Pflanzen auch besser. Genau, die Pflanzen, die gedeihen besser und Sie als Mensch gedeihen besser, denn wir brauchen ja Luftfeuchtigkeit. Und Sie kennen das ganz sicher, wenn Sie zum Beispiel in den kalten Monaten richtig heizen, dann nehmen Sie meistens so eine Schüssel Wasser. So machen das meine Eltern und stellen das auf die Heizung, um die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen anzukurbeln. Hier haben Sie einen wunderbaren Wasserbrunnen, der sieht nicht nur toll aus, der macht das für Sie. Sie brauchen keine lästige Schüssel mal hinstellen, wo dann vielleicht die Katze dran geht und austrinkt. Hier haben Sie einen Wasserbrunnen und der sieht einfach nur toll aus. Ja, sieht toll aus und sorgt für mehr Lebensqualität, weil Sie werden sich wohler fühlen. Man kann einfach mal entspannen, zurücklehnen, ein Buch lesen und dabei sich von dem Wasser flätschen und berieseln lassen. Das hat so eine richtig tolle, beruhigende Art. Übrigens der Wasserfluss, den kann ich auch stufenlos regulieren. Also wenn ich mal mehr Wasser will, das mehr Wasser läuft, nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser, dann können Sie das stufenlos unten am Motor einstellen. Das machen Sie, bevor Sie den Brunnen einstecken. Also denkbar einfach zu handeln und sieht richtig toll aus. Und was ich hier auch gerade nochmal sehe, hier sind ja diese ganzen kleinen Steinchen. Das hat der Ralf ja gleich zum Anfang gesagt, die sind mit dabei. Wir haben hier aber auch so süße kleine Glassteinchen. Das ist total niedlich gemacht und die können Sie natürlich nach Belieben hinlegen, wie Sie wollen. Natürlich können Sie sich auch noch mehr Steine nehmen, aber schauen Sie mal, das ist doch mal süß mit den Steinchen. Ganz tolle Deko-Idee. Was auch noch schön ist, je nachdem wie ich die Steine platziere, verändere ich auch den Wasserlauf. Das ist ja auch mal ganz, ganz interessant. Auch das kann ich machen und so. Das ist einfach ein wunderschönes Deko-Highlight. Und für so Zimmerbrunnen kann man gerne mal 60, 70, 80 Euro ausgeben. Das ist gar kein Problem. Allerdings nicht bei Pearl. Denn bei Pearl ist alles, und das wissen Sie, sehr, sehr günstig. Auch dieser wunderschöne Zimmerbrunnen kommt zu einem ganz, ganz wunderschönen Preis zu Ihnen. Ja, und das sind nur 28,41 Euro. Und der Bestellnummer PE 6064569. Und wissen Sie, woran ich mich daran auch erinnere? Ich komme ja eigentlich aus Düsseldorf. Das ist so die Japan-Stadt. Und das erinnert mich an den Zen-Garten. Da haben die ganz viele solche Sachen, aber natürlich viel größer. Aber auch meine Freunde, die haben so was zu Hause stehen. Das fällt mir gerade ein. Das ist ganz toll. Bestellen Sie sich das. Unter der eingeblendeten Telefonnummer anrufen für 28,41 Euro. Und verändern Sie jetzt so, wie Ralf es gemacht hat, mit den Steinen nach Ihrem Belieben. Setzen Sie vielleicht ein paar Blüten dabei. Und dann haben Sie Lebensgenuss pur. Wasser ist unser Element. Und du, der Ralf, der reißt schon wieder hier kräftig auf. Denn wir haben ein ganz tolles Produkt jetzt. Ja, muss ich auch unbedingt haben. Ich habe mir gerade meinen neuen Kugelschreiber gesichert. Und das können Sie auch machen. Und zwar in zehnfacher Ausfertigung. Denn hier haben wir wunderbare Kugelschreiber. Ja, Kugelschreiber kann man immer gebrauchen. Aber nur Kugelschreiber. Da ist noch ein bisschen mehr dabei. Erstens mal, nimm mal einen in die Hand, Patricia. Der liegt wirklich ganz, ganz toll in der Hand. Durch diese gummierte Fläche vorne. Einfach drehen und dann losschreiben. Der hat auch ein ganz, ganz tolles Schriftbild. Es macht richtig Spaß damit. Oh, Patricia hat gleich mal ein Herzchen damit gemalt. Hast du das gesehen? Wunderschön. So, jetzt kommen wir aber noch zur Zusatzfunktion. Denn auf der anderen Seite, und das ist jetzt das Wichtige, haben wir so ein Touchpad. Und damit kann ich jetzt mein Smartphone oder mein Tablet-PC, also alle kapazitiven Oberflächen, auch mein Navigationsgerät, kann ich hier einfach mit diesem Touchpad bedienen. Kann dann auch mal Bilder malen. Guck mal, unser Ugo. Pikachu. Oh ja, wie heißt der? Pikachu. Pikachu, also auch den kann ich mal malen. Oder eben ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Auch mal Anwendungen machen, Apps öffnen, eine E-Mail schreiben. All das. Also das ist so ein 2-in-1-Gerät, was mich absolut begeistert. Na ja, zum ersten Punkt. Meine Mutter hatte gesagt, ich kann immer nur von meiner Mutter, die verliert wirklich jeden Kuli. Jedes Mal bringe ich ihr Kulis mit und sie verlegt sie. Und wenn sie sie hat, dann sind sie nicht gut. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, kennen Sie das Gefühl, wenn Sie einen Kuli in der Hand haben und gehen dann in ein Smartphone und Sie haben so spitzige Finger, dann haben Sie das ganze Smartphone so fettig und klebrig. Hier haben Sie den Kuli. Drehen Sie einfach den Kuli um. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, das ist so eine ganz leichte Fläche. Da ist so ein kleiner Gummipups hier, würde ich sagen. Das ist total niedlich. Und damit können Sie ganz exakt, ohne irgendwas zu verschmieren, mit dieser kleinen Spitze, ohne Kratzer zu machen, an Ihrem Smartphone oder Touchscreen rumspielen, wollte ich schon sagen. Oder rumdrücken oder schreiben oder bedienen halt. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, wir reden hier von einem Zehnerpack für 9,41 Euro. Das heißt, ein Kugelschreiber mit dem Touchpad kostet gerade mal 94 Cent. Ja, einer allein wäre vielleicht ein bisschen zu wenig, weil Kugelschreiber kann man nie genug haben. Verschenken Sie ein paar. Vergeben Sie guten Freunden. Guck mal, ich habe ein Touchpad für dich mit Kugelschreiber. Das ist so kein Problem, großzügig zu sein. Sie müssen ja nicht sagen, dass ein Kugelschreiber gerade mal 94 Cent kostet. Denn hier heute für Sie im absoluten Sonderangebot im Zehnerpack. Unsere Kombination Kugelschreiber und Touchpad. Zehn Stück für nur 9,41 Euro. Zehn Stück, da schenken Sie auch gerne mal den Nachbarn, Ihren Freunden ein oder Ihrer Mama noch mal ein Packchen. Das macht Spaß wieder. Und ich kann Ihnen das nur am Herzen legen. Kugelis braucht man immer. Ja, ich bin gerade ganz unauffällig dabei, mir ein paar zu sichern. Ja, der Ralf bunkert sich gerade. Gut, dass Sie das nicht sehen. Die passen auch ganz, ganz einfach in die Hemd. Wir brauchen die Bestellnummer dafür. Oh ja. Der hat sich das ganze Hemd damit vollgemacht. Also das ist unser Ralf mal wieder. Weil Ralf verlegt sich grundsätzlich jeden Schraubenzieher, wollte ich schon sagen. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Unter der HZ 28, 25, 56, 9 haben Sie C-Kulis mit Touchscreen hier oben, womit Sie da rumspielen können. Haben Sie bei sich unter der eingeblendeten Rufnummer für 9,41 Euro. Ich bin ein bisschen verrückt geworden hier, wenn ich dich da sehe. Hier schön bürde baff mit den ganzen Kulis. Das war er jetzt. Unser erster Teil unserer Top 100 Selektion. Bleiben Sie dran. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause. Und dann geht es gleich weiter mit Teil 2. Viel Spaß dabei.